Freust du dich auf die Schule? Ja, wir haben jetzt Deutsch. Die Schüler. Das war die Klingel. Lass uns in die Klasse gehen. Hallo Mia. Hallo. Herr Schmidt ist noch nicht da. Sollen wir trotzdem schon in die Klasse gehen? Ja, gerne. Die Schließfächer. Der Klassenraum. Die Schüler sind laut. Guten Morgen, liebe Schüler. Seid bitte leise. Ich möchte beginnen. Danke. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr könnt eure Bücher erst mal zur Seite legen. Wer möchte nach vorne kommen und das Wort auf die Tafel schreiben? Die Tafel. Die Bücher. Ich möchte nach vorne kommen. David. Super, David. Ich möchte nach vorne. Ich möchte nach vorne. Jetzt ist die Tafel. Jetzt ist es richtig. Jetzt ist es richtig. Du kannst zurück auf deinen Platz gehen. Darf ich zum Papierkorb gehen? Ja, das darfst du. Ja, das darfst du. Bitte beendet. Bitte beendet die Aufgabe zu Hause. Bitte beendet die Tafel. Bitte beendet die Tafel. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte nach vorne kommen. Er kann manchmal streng sein. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte nach vorne kommen. Ich auch. Hier kann man gut lernen. Ja, außerdem kann man hier lesen und sich entspannen. Hier trifft man auch viele seiner Mitschüler. Ich bin etwas hungrig. Lasst uns zur Cafeteria gehen. Gute Idee. Ich bin auch hungrig. Ich muss noch mit Herrn Feld sprechen. Alles klar. Wir sehen uns später. Haben Sie kurz Zeit, Herr Feld? Ja, natürlich. Wir reden später weiter, Frau Mertens. Ja, bis dann. Bekomme ich mehr Zeit für die Präsentation? Warum brauchst du mehr Zeit? Ich muss für meine Mathearbeit lernen. Alles klar. Du bekommst noch zwei Wochen. Vielen Dank, Herr Feld. Sie sind der Beste. Ja, ich weiß. Gib dein Bestes, Mara. Das werde ich. Danke. Die Cafeteria Schmeckt es dir? Ja, danke. Nudeln sind mein Lieblingsgericht. Ich habe etwas Vegetarisches. Es schmeckt grandios. Welches Fach haben wir gleich? Erdkunde. Sehr gut. Erdkunde finde ich toll. Lass uns gehen. Es klingelt gleich. Die Klingel Wir müssen zurück zur Klasse gehen. Ja, du hast recht. Mit welchem Lehrer haben wir jetzt? Mit Herrn Feld. Hatten wir Hausaufgaben auf? Nein. Ich bin gespannt, was wir heute machen. Wer kann sechs Länder auf der Weltkarte finden? Ich will, Herr Feld. Anna, du bist dran. USA Deutschland Südafrika Südafrika China Türkei Italien Sehr gut. Und wo liegt Südamerika? Ich will, Herr Feld. Mara? Hier ist Südamerika. Das ist leider falsch. Darf ich? Ja, Mia? Hier ist Südamerika. Und das ist Afrika. Sehr schön, Mia. Gut gemacht. Welche Kontinente gibt es? Ich weiß es. Ben Europa Europa Australien Nordamerika Südamerika Afrika Asien Antarktis Super Ben Ihr habt keine Hausaufgaben. Sollen wir gemeinsam zum Schulbus gehen? Ja, gerne. Mia, kommst du mit zum Bus? Nein, mein Vater holt mich ab. Alles klar. Alles klar. Der Schulbus Gebt jetzt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Wie ist es schon gemacht? Es war bei coorden A Ich weiß es, wenn ich mul accepting lateral Pl bio save das mich. Im Badmum